Da ist ein Krankenhaus, und ringsrum sind ganz viele Gebäude, wo überall Waffen droppen. Oh, krass. Fünf Stück, das wird sich, glaube ich, lohnen, da mal hinzugehen. Ja, dann lassen wir da hin. So eine Pistole wäre geil. Kommst du klar, oder was? Wo bist du? Hinter dir. Achso, ja. Kannst ruhig aufrecht gehen. Oh. Ich höre aber mal Zombies. Ich höre niemanden hier. Hier ist keiner. Gut, dann renne ich auch mal mit. Warum bist du eigentlich schwarz? Bin ich schwarz? Du bist bei mir aber auch schwarz. Oh. Geil. Vielleicht, damit du dich unter die anderen unterscheiden kannst. Dann kriege ich ja, Ma. Ma, wer bin ich denn jetzt? Für die ganzen alten Rentner. Welcher bist du denn von denen? Warte, in der Tank ist ja auch öfter mal was, ne? Ja, da hinten sind zwei Stück. Hä? Äh, 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 äh? Droppt denn hier eine Tanke so? Hier eine Tanke droppt gar nichts. Laut dem, laut der Map, die ich hab. Gut, laut dem, ähm, Daze Guide. Ja. Der Daze Zombie-Führer. Mhm. Droppt das schon mal mehr, oder was? Bist du grad da drin? Ne. Wo bist du denn? Vor dir. Ach so, mach. Ich weiß nicht, ich hab mich genauso gedreht, dass ich dich nicht sehen konnte. Haha. Aber in dem Haus ist bestimmt was drin, wo die alle sind, da. Hier geradeaus. Naja. Scheiß drauf, ne? Welche da ist da hinten? Ja, da, genau, wo die Tür offen ist. Aber sind da welche? Also da waren gerade zwei in der Nähe, auf jeden Fall. Lass uns da mal lieber ein bisschen leiser ran gehen. Du meinst mit der X-Taste? Ja, und dann kannst du ja dann auch nochmal rechte Maustaste drücken, dann wird der auch nochmal langsamer. Siehst du auch an dem Gehörsymbol dann. Dann, äh, hört man nämlich gar nichts mehr. Ja, so gut wie nix. Ne, bei mir nichts, bei mir zeigt er nichts an. Kein Strich. Echt? Ja. Ich leg dich mal hin, da kommt Zombies. Wo denn? Da ist noch einer drin im Haus. Aber nicht in dem hier, ne? Doch, in dem roten. Alter? Kommt der zu mir? Ja, der kommt zu dir, der kommt zu dir. Der ist bei dir drin. Ja, ich hab Relogged. Hör mal. Ist der jetzt weg, wenn du Relogs? Der müsste jetzt weg sein, ja? Warte mal kurz. Bist du da jetzt auch drin? Ne, ich bin ja auf dem Boden. In der Nähe von dem... Loll, ich seh mich gerade selber. Wie ich respawne. Wie aggressiv der auf einmal wurde. Hörst du den noch schreien? Ne. Der geht ganz gemütlich wieder weg. Gucken, ob der jetzt verschwindet. Nicht reinkommen. Na, der hat aber gleich schon ordentlich Abstand. Ach, ist der so schnell abgehauen? Ja. Der ist rein, hat wieder gedreht und... Wie bin ich hier drin? Ah, da bisher. Warte. Ne, ist weg. Mein Gott. Guck mal, hier ist noch ein M1911-Pack drin. Da kann ich ja wieder näher und irgendwo hinstopfen. Aber geht immer, und mich hörst du was, das Schießen? Ne. Das ist ja scheiße. Du hast keine Stahlbolzen, ne? Oh, oh. Warte hin? Wörst du was? Da hat sich gerade so angehört. Ne, Stahlbolzen hab ich nicht. Toll, weißt du, machst du so eine Tür zu. Warte, das ist das denn? Ah, okay. Heatpacks braucht man noch nicht, ne? Ja, irgendwie noch nicht. Und die scheiß Strohflinten-Kacke, ne? Ich hab so viel. Ich hab einen ganzen Rucksack voll Strohflinten-Munition. Oder ist das mein Rucksack? Ich hab auch einen Rucksack. Du kannst auch noch aufmachen. Da ist aber nix drin, meine ich. Open back. Ah, hier, hier auch. Close back, ne? Close. Wie das aussieht. Ja, jetzt ist es am geilsten. Aber ich weiß, ich hatte letztes Mal Munition. Also ich hatte Schuss da drin. Jetzt steht auch, du hast erfolgreich nachgeladen. Ah. Aber eine Anzeige hab ich immer noch nicht. Drück mal R nochmal. Dann zeigt er es eigentlich oben rechts an. Eher gedrückt halten? Ne, einfach nur einmal. Ne, gar nichts. Komisch. Oder hat er diese Fehlermeldung ab? Weapon-Safe-CFG. Achso, beim Einloggen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt. Aber könnte ich mir jetzt vorstellen. Kommst du auch hier rübergerollt? Ich bin Waffe los. Ja, ich komme nochmal gekrabbelt. Ach, da hitz ich dich auch. Ich bin letztens um die Wette gerobbt mit so einem. Der ist hinterher gerobbt mit so einem Zombie. Haha. Boah, diese Geräusche. Hörst du die so laut? Ich höre die gar nicht. Jetzt gerade wieder. Ich hab jetzt immer ein bisschen lauter gemacht. Was heißt denn oben rechts dieses Blatt? Blatt? 1200. Ne, 12.000. Hab ich nicht. In dem Debug-Monitor. Achso, das ist deine Lebensanzeige. Ach, wie Blut du hast. Ja. Ich hab richtig viel Durst, glaube ich. Ist doch das zweite Symbol von oben, ne? Ja. Blinkt das rot? Durchaus. Okay. Achtung. Kommen die zu mir? Ja, der ist gerade auf dich zugerast und dann stehen geblieben. Oh oh, der ist an mir dran. Eigentlich müsste er jetzt verschwinden. Noch ist er da und gampelt da rum. Ja, wäre aber auch eigentlich super assi, wenn da Zombies wären, wo du sponst, ne? Ja. Sponsor so in der Mitte von drei Stück. Bist du drin bist, bist du tot. Und das wollen die Sachen so. Aber ich denke mal, wenn die da noch ausbauen, dann wird er bestimmt besser. Glaube ich auch. Wir sind hier noch in der Beta. Dann kostet er 25 Euro. Dann fertig ist. 30. Ja. Oder je nachdem, wie geil es gehypt wird, 50. Boah. Ja. Unbelievable hype. Ja. Waiting for character to create. Bin gleich wieder drin. Sauber. So, hopp mal hier zum nächsten Haus. So, loading. Willst du in das Haus rein oder was da? In das eine? Ne. Ne, ein zweiter. Achso. Aber da ist auch eine Tür zu. Okay, geht nicht. Geht nicht. Geil wäre auch so eine Sprengfalle, die zeitverzögert explodiert. So eine Sekunde. Dann rennst du vor denen weg, so. Rennst da durch. Und wenn die da sind, bah, haben alle tot. Ja, das wäre geil. Die kannst du ja auch loten, ne? Ja, aber da ist eigentlich fast immer nix drin. So, ich bin jetzt an der großen Straße. Ach, da. Ja, ich sehe dich. Und da ist dann so ein Tech-Gebäude. Da könnte was drin sein. Äh, warte mal. Boah. Ich hab nochmal angerast. Im Tech-Gebäude könnte eine Winchester liegen. Aber man kommt eh nur vorne in die Lobby rein. Ich hab grad irgendwo einen Zaun gehört. Kann man die hören? Kommen die an? Ne, aber wenn da einer entgegenläuft. Hier bei so Army-Sachen liegen auch oft Waffen daneben. Ich hab letztes Mal aber einen Hubschrauber gefunden. An kaputten, oder was? Ja. So, jetzt könnten wir hier mal gucken vorne. Und oben aufs Dach kommt man auch noch hier. Hab ich gerade gesehen. Aber da geh ich mal aufs Dach. Okay. Ah, cool. Da ist ein Pfeil für mich. Natürlich wäre nur einer, weißt du? Boah, wie lahmarschig der oder Waffe weg. Leiter festhalten. Hoch. Ja. Voll der Bohn. Ich hoffe, da finde ich was zu trinken. Oh, da sind es zwei Stück. Vier Stück. Ah, toll. Man kann auf dem Dach und noch auf ein weiteres Dach. Das ist aber noch eine relativ gute Übersicht hier. Boah, vier Stück sind hier. Bei dir? Guck da mal runter. Vor die Tür vorne. Achso, warte. Boah, nee, nee. Das hat in die Knochen gebrochen. Ehrlich? Ja. Blutest du? Nee. Ah ja, aber ich sehe, die kommen in deine Richtung. Zwei Robben, zwei Laufen. Ja, wir sollten schon nichts abhauen. Ich roll mich weg. Ah, da vorne ist das Krankenhaus. Und da ringsherum sind die Häuser, wo viele drin sein sollen. Ja. Was ist denn das Krankenhaus davon? Ich glaube, wenn du an dem letzten Tank da vorbeiguckst, dieses große, glaube ich. Ja. Ja, davor ist auch noch so eine Lagerhalle, da liegt was auf dem Boden, sehe ich von hier aus. Achso. Das sehe ich von hier aus. Ja, die kommen alle zu dir da hin, ne? Echt? Ja. Wahrscheinlich, weil ich hier oben drauf einfach rumlaufe, ne? Vielleicht können die dich sehen da oben. Hallo. Ja, wie fummel ich da doch erst mit der Leiter hier, ey. Ja, allerdings, ey. Bis da mal ein Symbol kommt, ey. Hallo. Ist du immer noch da oben? Ja, ich komme ja nicht mal runter. Wie, reden wir dem Symbol? Ja. Oh, oh. Ich habe Angst davor, zu nah dran zu gehen, weil sonst falle ich hier runter. Ah, ja, da ist es. Ich bin mal gespannt, wie viele da unten auf mich beharrten. Na toll, ich habe einen Beil für Holz gefunden. Okay, ich kann die Kamera zwar nicht komplett drehen, welche Taste war noch zum umzureden? Äh, alt. Cool, noch einen Stahlbolzen habe ich gefunden. Den kann ich nicht von der Leiter aus machen, aber ich reloge mal eben, weil ich jetzt hier an der Leiter hängen. Ich kann aber auch nicht schießen jetzt gerade hier irgendwie. Ätzend. Ja. Okay, Receiving Data. Super Kacke, weißt du, rennt da um ein Dach rum, die sehen nicht direkt alle und kommt zu denen. Kommen die da hoch? Nee, wir waren jetzt nur unten an der Leiter und haben gewartet. Ja, nee, weil die können Leiter klettern, ne? Echt? Ja. Krass. Weißt du, sowas können die. Hat vorhin ein anderer Mitspieler schmerzlich erfahren müssen. Hast du beobachtet? Nö, ich habe da welche hingepullt. Genau, der Z-Ass-Holes. Wo bist denn du jetzt? Ja, ähm, an der Leiter, aber ich reloge gerade. Achso. Und jetzt habe ich so eine Warteuhr. Eine Sanduhr? Ja. Ja, dann bist du ohnmächtig. Echt? Ja, das könnte jetzt dauern. Warum das denn? Tja, weiß ich auch nicht so genau. Das habe ich nicht verstanden. Musst du wissen, was du gemacht hast. Nee, ich stand auf Leiter relockt. Achso. Vielleicht ist das eine Strache, wenn man zu oft relockt. Ah, das kann sein. Könnte ich mir vorstellen, aber. Für so böse Dead Sheeps. Ja, so ganz, ganz böse Dead Sheeps. Ja, okay, ich denke mal, so 20% habe ich jetzt schon hinter mir. Ja, das geht ja noch dann. Aber ich kann auch irgendwie gerade nicht nachladen. Ja, ist ja bestimmt so ein Bug. Was ist denn, wenn man komplett raus und wieder reingeht? Immer doch Sanduhr wahrscheinlich, ne? Ja, klar. Das ist schlimmer sogar noch. Die fängt von vorne an. Oh. Ja. Okay, dann unterbreche ich mal hier kurz die Aufnahme. Ja, aber das könnte dauern, bis du wieder zu dir kommst. Und sobald die Sanduhr weg ist, geht es dann weiter, bis ich dann noch lebe. Bis gleich.